Die letzte Kennlinie bzw. das letzte Kennlinienfeld, was wir uns angucken wollen, ist das sogenannte Ausgangskennlinienfeld. Das ist, würde ich sagen, so ziemlich das Wichtigste, zumal man hier nochmal ein paar besondere Sachen erkennen kann. Das Ausgangskennlinienfeld entsteht, indem wir uns den Kollektorstrom IC über der Kollektor-Amitter-Spannung angucken. Das heißt, an der x-Achse steht gleich die Kollektor-Amitter-Spannung, also diese Spannungsquelle. Und wir gucken uns diesen Kollektorstrom auf der y-Achse an. Und das tun wir, während wir immer mal wieder IB variieren. Das heißt, wir schicken unterschiedliche Basisströme in die Schaltung und gucken uns dabei den Kollektorstrom an über x-Achse UCE. Das ist ein bisschen ähnlich zu dem, was wir bei der Stromsteuer-Kennlinie gemacht haben. Da tauschen jetzt aber quasi UCE und IB die Position. Während wir vorher bei der Stromsteuer-Kennlinie IB auf der x-Achse liegen hatten und jedes UCE uns eine Kennlinie gezeichnet hat, drehen wir es jetzt rum. Wir packen jetzt UCE auf die x-Achse und lassen IB jeweils eine Kennlinie zeichnen. Das Ganze sieht dann so aus, dass man in der Simulation quasi die Rollen von UCE und IB tauscht. Während wir also vorher hier IB variiert haben, variieren wir hier jetzt UCE. Und während wir hier vorher UCE variiert haben, variieren wir jetzt IB. Ich nehme mal folgende Werte. Ich gucke mir mal für UCE 0 Volt. Das ist wieder dieser Fall von, ja, sollte man eigentlich nicht machen, bis zu 20 Volt an. Und um diesen Bereich zwischen 0 Volt und diesen 0,5, 0,4, wo der Transistor dann funktionierte, mal genau darzustellen und detailliert darzustellen, nehme ich hier sehr, sehr kleine Schritte, also 0,05 Volt, 50 Millivolt-Schritte. Das ist sehr, sehr fein. Den Basisstrom variiere ich zwischen 0 Ampere, also kein Basisstrom, und einem Milliampere. Und das mache ich in Zehntel-Milliampere-Schritten, sodass ich gleich 10 Kennlinien bzw. 11 gezeichnet bekomme. Als Ausgabe gucke ich mir, wie gesagt, den Kollektorstrom an. Und da ich das jetzt so angelegt habe, dass die äußere Simulation eben UCE variiert, wird jetzt gleich auch UCE auf der X-Achse auftauchen. Und das ist das, was nach der Simulation rauskommt. Ich denke, man muss erst mal ein paar Sekunden sacken lassen, was man hier eigentlich sieht. In dem ersten Schritt, mal auf die Achsen geguckt, sehen wir hier auf der X-Achse die Kollektor-Ammeter-Spannung, das wollten wir auch haben, und auf der Y-Achse den Kollektor-Strom. Das heißt, wir variieren in X-Richtung die Kollektor-Ammeter-Spannung und gucken uns an, was passiert mit dem Kollektor-Strom. Jede einzelne Kennlinie, die wir hier jetzt sehen, steht für einen gewissen fest eingestellten Basisstrom. Das sieht man hier in der Legende. Da sehen wir zum Beispiel die rote Kennlinie, entspricht einem Basisstrom von 0. Und wir sehen, wenn ich keinen Basisstromfließen habe, dann fließt auch kein Kollektor-Strom. Dieses hier 7 mal 10 hoch minus 18 können wir getrost als 0 interpretieren. Das heißt, hier fließt kein Kollektor-Strom, 0. Was man vielleicht auch erwarten würde. Die nächste Kennlinie ist eine Kennlinie, bei der 100 µA Basisstrom fließen. Da sieht man, da fließt schon ein signifikanter Kollektor-Strom. Und dann geht es jetzt hier so hoch. Das ist die Kennlinie für 200 µA Basisstrom, 300 µA Basisstrom, 400 µA Basisstrom und so weiter und so fort. Und hier oben haben wir einen Milliampere Basisstrom. Und wir sehen, je größer der Basisstrom, desto größer auf jeden Fall schon mal der Kollektor-Strom. Im Sinne eines Stromverstärkers ist das schon mal das Verhalten, was wir erwarten würden. Und ist auch sinnvoll und verallgemeinerbar sieht immer so aus. Im nächsten Schritt will ich mir mal die unteren Kennlinien angucken, wobei mich die Kennlinie für einen Basisstrom von 0 nicht interessiert. Da fließt halt nichts und gut ist. Die blende ich mir mal aus. Des Weiteren blende ich mir auch mal alles ab der gelben nach oben aus. Das dauert ein bisschen. Das mache ich deshalb, weil ich gleich Marker benutzen will und die Marker mir alle eingeblendeten Kennlinien anzeigen und das die Sache extrem unübersichtlich macht. Wenn wir uns jetzt mal die grüne Kennlinie angucken, dann sehen wir das zum Beispiel bei 10 Volt UCE und einem Basisstrom von 100 µA hier sich ein gewisser Kollektor-Strom einstellt. Da das hier auf dieser Länge schwierig abzulesen ist, nehme ich wie gesagt einen Marker dafür. Und jetzt sieht man vielleicht auch, warum ich mir alle anderen Kennlinien ausgeblendet habe. Das wird sonst nämlich hier sehr unübersichtlich, wenn hier alle Kennlinien eingeblendet sind. Und schau mal, ich setze mal diesen Marker hier auf UCE gleich 10 Volt und jetzt kann ich ablesen, im Fall grün fließt hier ein Kollektor-Strom von ungefähr 30, ja Pi mal Daumen 30 mA, 31. Wenn ich jetzt mit der Kollektor-Spannung weiter hochfahre, also den Marker mal auf UCE gleich 15 Volt setze, dann stelle ich fest, dass hier ein Kollektor-Strom von 32, ungefähr, also 33 sein, aber ungefähr 32 mA Kollektor-Strom fließt, Himmel. Der Unterschied zwischen knapp 31 und knapp 33 ist jetzt nicht gigantisch groß. Es gibt einen Unterschied, aber der ist relativ gering. Das kann man auch hier an dem Diagramm sehen. Diese Gerade hier verläuft nahezu waagerecht. Also für kleine Basisströme hängt der Kollektor-Strom nicht von der Kollektor-Emitter-Spannung ab. Das ist eigentlich auch das, was wir uns gerne wünschen würden. Wir wollten ja eigentlich einen idealen Stromverstärker haben. Also wir wollten eigentlich nur, dass der Basisstrom den Kollektor-Strom steuert und keine andere Größe. Bei kleinen Basisströmen stimmt das hier auch nahezu. Wenn wir jetzt mal auf die größeren Kollektor-Ströme gucken, dann sieht man vielleicht schon hier bei denen, dass die immer steiler werden. Also die hier verläuft deutlich flacher als zum Beispiel hier die lilane. Und das kann man dann auch ablesen. Wir gehen nochmal auf die 10 Volt hier, Kollektor-Emitter-Spannung. Und jetzt nehmen wir mal diese Kennlinie. Das ist die für 300 µA Basisstrom. Und da stellen wir fest, dass wir bei 10 Volt Kollektor-Emitter-Spannung 76 mA Stromfluss haben. Und wenn wir auf die 15 Volt Kollektor-Emitter-Spannung gehen, dann sehen wir, dass wir da schon 80 mA haben. Das heißt, wir springen von 76 nach 80. Das ist schon ein deutlicherer Unterschied als von irgendwie 31 nach 33. Das Ganze können wir uns jetzt auch wieder auf den anderen Kennlinien angucken. Nämlich, indem wir mal die einblenden oder vielleicht nochmal zum Vergleich die grüne lassen. Alle anderen ausblenden und jetzt mal die für den höchsten Basisstrom uns einblenden. Das ist diese hier. Und da sieht man nun im Unterschied wirklich, dass die deutlich steiler verläuft. Und auch hier können wir nochmal einen Marker draufsetzen. Wenn ich jetzt nochmal einen Marker auf 10 Volt setze, dann sehe ich, dass hier ein Kollektor-Strom von knapp 180 mA fließt. Während bei einer Kollektor-Emitter-Spannung von 15 Volt schon knapp 190 fließen. Also auch hier haben wir 10 mA mehr und das ist ja schon irgendwie eine merkliche Größenordnung. Das heißt, die Abhängigkeit des Kollektor-Stroms bei einem konstanten Basisstrom von UCE nimmt mit zunehmendem Kollektor- bzw. Basisstrom zu. Das ist schade, aber so ist es leider. Und das sieht auch in nahezu allen Transistor-Datenblättern genauso aus. Wie steil die hier verlaufen, hängt jetzt wiederum vom Transistor ab. Es gibt Transistoren, die sind extra quasi darauf getrimmt, dass sie hier möglichst waagerecht auch bleiben. Dann haben sie meistens insgesamt eine relativ schlechte Stromverstärkung. Und es gibt auch Transistoren, bei denen ist der Bereich relativ egal. Da stehen die deutlich steiler als hier. Was wir hier jetzt gerade sehen, ist quasi so ein Mittelding. Was wir auch noch erkennen können, ist, dass die Stromverstärkung mit zunehmendem Basisstrom abnimmt. Woran kann man das erkennen? Dafür müssen wir uns mal ein paar mehr Kennlinien wieder einblenden. Und zwar nehme ich jetzt mal die beiden Kennlinien für die sehr kleinen Basisströme, nämlich die blaue und die grüne, das sind die hier unten. Und ich nehme mir mal die zwei Kennlinien für die beiden größten Basisströme. Was man hier vielleicht sieht, ist, dass die beiden deutlich weiter voneinander entfernt sind als diese beiden hier. Jetzt gehe ich mal testweise wieder auf die 10 Volt hier. Und jetzt können wir uns mal angucken, wie eigentlich sich die Stromverstärkung verändert. Die Stromverstärkung sagt er ja jetzt, um wie viel und welchen Faktor der Kollektorstrom größer ist als der Basisstrom. Es ist bei beiden Kennlinienkombinationen so, dass ich hier den Basisstrom um den Faktor 100 Mikroampere verändere. Von da nach da ändere ich im Basisstrom 100 Mikroampere und von da nach da ändere ich im Basisstrom 100 Mikroampere. Und wenn wir uns jetzt mal die grüne Kennlinienkombinationen noch mal angucken, dann sehen wir, dass bei einem Basisstrom von 100 Mikroampere, wie gesagt, hatten wir eben schon mal, ungefähr 30 Milliampere fließen. Das heißt, von 100 Mikro nach 30 Milli wäre eine Stromverstärkung von Pi mal Daumen 300. Wenn ich jetzt den Basisstrom verdoppeln müsste, also aus diesen 30 Milliampere 60 Milliampere werden, das passiert schon nicht. Es sind nur 55 Milliampere. Das heißt, das ist ein bisschen weniger, als es eigentlich sein müsste. Also wir würden 60 erwarten, es sind nur 55. Wenn ich also 100 Mikroampere drauflege, Basisstrom, kommen hier jetzt in dem Bereich ungefähr 25 Milliampere dazu. Wenn ich in diesem Bereich hier 100 Mikroampere drauflege, noch mal zur Erinnerung, das hier sind 900 Mikroampere Basisstrom, das ist ein Milliampere Basisstrom, dann kommen hier gerade mal 12 Milliampere dazu, also 178 minus 166 sind ungefähr 12. Das heißt, deutlich weniger. Also hier 25 und da nur noch 12. Das heißt, die Stromverstärkung wird da erheblich, erheblich geringer. Und das ist auch ein Verhalten, was jeder Transistor hat. Das heißt, diese Kennlinien, diese Ausgangskennlinien rutschen immer näher aneinander. Das Spiel kann man jetzt theoretisch auch noch weiter treiben, indem man höhere Basisströme verwendet. Und dann sieht man, dass die immer näher aneinander rutschen. Also die sollten optimalerweise alle gleich weit voneinander entfernt sein. Das sind sie nicht, sondern sie rutschen immer alle näher aneinander. Das ist ein weiterer Fakt oder eine weitere Interpretation dieses Diagramms. Zu guter Letzt gibt es hier noch einen Bereich, der völlig aus dem Rahmen fällt. Und das ist der hier vorne. Und das ist auch der Grund, warum ich die Auflösung auf der X-Achse sehr, sehr fein gemacht habe, damit das hier vernünftig dargestellt wird. Ich zoome hier in diesen Bereich mal rein, wobei die Zoom-Funktion von Multi-SIM, finde ich, extrem unangenehm ist. Also wir werden jetzt hier gleich Dinge sehen, die wir gar nicht sehen wollen. Oh, wobei doch, ist gut gelungen. Also das hier ist ungefähr UCE 0 Volt. Und was wir jetzt hier erkennen können, ist, dass solange UCE einen gewissen Bereich unterschreitet, das sind jetzt hier 370, ist das hier, sagen wir mal ungefähr 400 Millivolt, das wäre so hier. Also solange wir mit UCE unter 400 Millivolt oder unter 0,4 Volt liegen, da verhalten sich die Kennlinien völlig anders als im Bereich dahinter. Diesen Bereich haben wir ja geklärt. Da hängt der Kollektorstrom kaum ab von UCE oder nur geringfügig. In diesem Bereich hier sehen wir aber, dass der Kollektorstrom extrem davon abhängt, welche Spannung ich hier für UCE benutze. Das heißt, es macht einen signifikanten Unterschied, ob ich, ich sage mal, hier sind 0,1 Volt, ob ich 0,1 Volt UCE habe oder 0,2 Volt. Da springt der Kollektorstrom gigantisch hoch. Und falls man sich jetzt erinnert, hatte ich ganz am Anfang in einem der Videos mal erwähnt, dass wenn ich einen Transistor als Stromverstärker betreiben möchte, ich so mindestens ungefähr 0,6 Volt UCE einhalten muss. Das ist das, was wir jetzt hier auch sehen. UCE 0,6 Volt wäre jetzt relativ gut abgeschätzt. Das wäre irgendwo so in diesem Bereich hier. Ab dann funktioniert es auf jeden Fall. Was man auch ein bisschen erkennen kann, ist, es hängt wieder davon ab, wie viel Basis- bzw. Kollektorstrom ich ziehe. Hier die unteren Kennlinien, die sind schon in diesem Bereich hier quasi auf Höhe, während die obere Kennlinie erst, ja wirklich bei guten, ich sage mal, 0,35 Volt auf Höhe ist. Das variiert hier so leicht, abhängig vom Basisstrom. Dieser Bereich hier ist allerdings ein Bereich, der gar nicht uninteressant ist, weil der sagt uns folgendes, wir kriegen es nicht hin, einen Kollektorstrom durch den Transistor fließen zu lassen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass mindestens hier 0, irgendwas Volt Kollektoremitterspannung anliegen. Das Ganze kann man auch umdrehen und dazu gibt es dann ein nächstes Video, und zwar nennt sich das dann Transistor im Schaltbetrieb. Man kann es nämlich dahingehend umdrehen, dass man sagt, an einer Kollektoremitterstrecke bleiben, wenn Strom durchfließt, immer ungefähr 0,3 Volt hängen. Da kommen wir nicht drunter. Und das hat durchaus eine Bewandtnis. Wir haben ja bisher gesagt, wir wollen eigentlich einen Transistor als Stromverstärker einsetzen. Man kann einen Transistor aber auch anders einsetzen. Man kann den nämlich als Schalter einsetzen. Dann ersetzt der quasi gewissermaßen eine Art Relay. Das heißt, ich habe einen kleinen Steuerstromkreis, bei dem sage ich jetzt bitte einschalten, und dann schaltet der Transistor hinten durch. Hier sehen wir, dass wir das Durchschalten aber nur erzeugen können. Also Durchschalten heißt, es fließt ein Kollektorstrom durch. Dass wir das eigentlich nicht hinkriegen, dass der komplett durchschaltet. Das würde heißen, an ihm fällt keine Spannung ab, sondern dass wir da immer so eine gewisse Restspannung haben. Dieser Bereich hier hinten hat auch einen speziellen Namen, das wiederhole ich aber nochmal an geeigneter Stelle. Das ist der sogenannte Sättigungsbereich. Und wie gesagt, für den Schaltbetrieb an einem Transistor eigentlich ein durchaus relevanter Bereich, an dem man sich dann durchaus öfter mal bewegt. Und auch dazu nochmal eine kleine Zusammenfassung. Also wir haben das Ausgangskennlinienfeld des Transistors. Das zeigt uns den Kollektorstrom über UCE an. Die einzelnen Kennlinien werden dadurch erzeugt, indem man gewisse Basisströme vorgibt. Und wir stellen fest, bei kleinen IB ist IC nahezu unabhängig von UCE. Das heißt, der Verlauf dieser unteren Kennlinien hier ist nahezu waagerecht. Je größer IB dann allerdings wird, desto größer wird auch IC. Das heißt, zunehmende Basisströme führen zu größeren Kollektorströmen. Das ist klar. Also zumindest sollte das ein Stromverstärker logischerweise tun. Aber auch die Abhängigkeit von UCE nimmt zu. Das heißt, diese Geraden hier werden immer steiler. Ab einem Bereich von UCE ungefähr größer 0,6 Volt werden das auf jeden Fall alles so Geradenstücke. Das heißt, diese Verläufe hier sind nicht großartig gebogen. Die laufen einfach als Geraden hoch. Darunter passiert was Komisches. Und dieser Bereich, in dem was Komisches passiert, heißt Sättigungsbereich. Und der tritt auf für UCE kleiner 0,4 Volt. Man kann jetzt wirklich darüber diskutieren, was so zwischen 0,4 und 0,6 Volt passiert. Das hängt dann wirklich stark vom Transistor und stark von den Strömen ab, die wir jetzt laufen lassen wollen. Wenn wir sagen, unter 0,4 ist man sicher im Sättigungsbereich. Wenn wir sagen, über 0,6 ist man sicher im anderen Bereich, also im normalen Bereich. Für UCE kleiner 0,4 Volt sehen wir, dass die Kennlinien hier relativ stark oder relativ steil steigen. Also genau das Gegenteil von dem tun, was sie dann später machen. Nämlich sehr flach verlaufen. Wie bereits erwähnt, dieser Bereich wird Sättigungsbereich genannt. Und hier hängt IC sehr, sehr stark von UCE ab. Wir sehen also, wenn wir jetzt auf einer Kennlinie unterwegs sind. Ich sage mal hier die, die können wir noch gut sehen. Die lila nur. Dann hängt es schon sehr stark davon ab, ob ich da 100 Millivolt Kollektor-Emmeter-Spannung anlege. Oder ob ich da 200 Millivolt Kollektor-Emmeter-Spannung anlege. Das verdoppelt sich hier nahezu. Also der Kollektor-Strom verdoppelt sich gewissermaßen. Das passiert hier hinten dann nicht mehr. Dieser Bereich ist trotzdem relevant, wie gesagt, für den Schaltbetrieb. Aber eben nicht als Stromverstärker. Das heißt, hier arbeitet ein Transistor nicht als Stromverstärker. Und wenn wir ihn als Stromverstärker benutzen wollen, sollten wir in diesen Bereich nicht reinkommen.